Der Begriff Extreme wird sehr unterschiedlich definiert. Extrem wird häufig als Synonym genutzt für Katastrophe oder für katastrophale Ereignisse. Grundlegend unterscheidet man in zwei Aspekte. Erstens geht man von den Naturereignissen aus und hier sind die Extreme charakterisiert als sehr selten auftretende Ereignisse mit einem meist nicht vorhersehbaren Eintritt. Das sind die Definitionen aus dieser Sicht. Ein anderer Zugang ist, dass Extreme über die Konsequenzen definiert sind. Das heißt, es sind Ereignisse mit zumeist nicht vorhersehbaren Auswirkungen und großen sozioökonomischen Folgen. In der Klimaforschung geht man häufig in der Definition von Extremen, von Abweichungen aus Werteverteilungen aus. Zum Beispiel Verteilungen von Temperatur oder von Niederschlägen oder von Winden. Diese statistische Darstellung von Extremen sei an dieser Abbildung aus dem Intergovernmental Panel of Climate Change, kurz dem IPCC, erläutert. Gezeigt werden jeweils Normalverteilungen von Messwerten und exemplarisch für drei Möglichkeiten von Abweichungen werden gezeigt. In dem oberen Bereich, mittleren Bereich und unteren Bereich. In der oberen Grafik verschiebt sich die Normalverteilung in den wärmeren Teil. Das heißt, es gibt mehr heißere Tage. Gleichzeitig aber auch, auf der linken Seite der Grafik, weniger kalte Tage. In der mittleren Grafik nimmt die Variabilität zu. Das heißt, es gibt mehr heiße Tage. Gleichzeitig aber auch mehr kalte Tage mit Extremen. Wobei die Symmetrie der Verteilungen gleich bleibt. Im letzten Beispiel, in der unteren Grafik, ändert sich aber auch die Symmetrie der Verteilung. Das heißt, es wird mehr Tage geben, die kälter sind. Nun, es ist klar, die sind nur einzelne exemplarische Beispiele, wie sich solche Verteilungen ändern können. Es gibt unzählige andere Kombinationen, die das Auftreten von Extremen beeinflussen. Das heißt, es wird mehr als die Schmerzen von Extremen beeinflussen. Das heißt, es wird mehr als die Schmerzen von Extremen beeinflussen.